um und wenigstens auch wenn er also hat sich zurückgenommen da auch was zu tun also dass jetzt die ab 40 losgeht das heißt die ist erledigt 15 folge erledigt sich genau protokollieren irgendwelche folge damit ist genau 150 dann zum Donneranbieter für stein brauchen wir noch und das warst du noch erst mal ja gibt es noch wir können ruhig den ganzen step mal hier mitnehmen weil wir werden es sowieso mal brauchen wenn man werkzeuge kraften ach apropos werkzeug kraften wir können gleich mal ein paar kraften einfach mal so damit wir ein bisschen vorrat haben einen moment mal ich muss in der zeit könnt ihr ja den leuchtturm bewundern oder da ist doch echt schön geworden so ja der ofen darf nicht fehlen okay okay na moment mal ich habe ich habe ich habe eine idee wir könnten uns direkt noch was zusammenbauen hier du kannst ja richtig professionellen sitzieren hinbauen warte mal habe ich eine idee hoffentlich ist nicht kaputt nein warte gut genau schon richtig professioneller sitz hier und dann wird das eis ein weiter nach hinten gebaut so und so dann kam dann hier die werkbank erstmal bergbank kiste ofen haben wir das auch super aufgeteilt und wir können hier doch mal schlafen im kleinen leuchtturm soll es gut ausgeleuchtet sein damit hier auch keine Viecher spawnen wäre so ein bisschen blöd äh ja so ähm jetzt können wir mal gucken hallo ich glaube wir sind fertig ja Leute wir sind fertig das projekt nimmt nach was weiß ich 50 folgen auch mal ein ende warte den spaß gar nicht mehr ich möchte mal ganz kurz nachlesen wann wir angefangen haben den zu bauen den leuchtturm das interessiert mich jetzt wirklich mal ähm leuchtturm ich gehe mal kurz einmal mein video ist leuchtturm gucken wann wir den angefangen haben zu bauen die fenster für den leuchtturm war 137 schwere beleuchtung der leuchtturm macht fortschritte folge 90 war also noch vorher also bei folge 90 das gucke ich mir ganz kurz mal an da stand er aber auch schon wow also wirklich schon uralt das ding boah ne nein ich weiß ne da haben wir gerade angefangen den zu bauen vielleicht eine folge vorher damit schon angefangen oder da ich weiß gar nicht eine folge vorher 89 wäre das dann 0 89 man gebe ich mal kurz ein ja also folge 90 und irgendwo um den drei haben wir angefangen boah 60 folgen war 60 folgen 60 lang gezogen das ist natürlich schon eine ganze menge und da ist man froh wenn es fertig ist an auch ja thema leuchtung endlich abgehakt so hallo kommen wir machen spazieren so ausscheinend tut noch der kunststrand darf ich gar nicht vergessen wir begutachten immer mal gucken ich kann mir ein schild an die ideentafel machen denn wir wollten einen hafen bauen und das werden auch machen deswegen auch der leuchtturm hafen in klammern am strand okay jetzt sind wir kurz dahin gehen und gucken wie das so aussieht ich weiß wo wir angefangen haben die erde rum zu hantieren und die größe festzustellen schaufeln ganz kurz und werkzeug ständig auch mal ein haufen mehr hier vorne muss zwar noch samt hin naja ich esse mal hier nicht so viel gefällt hat das noch am leben für meine liebenkrankheit nein 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 da gehen wir uns aber heute nicht dran brauchen wir auch nicht mehr so viel überall nur etwas entnehmen damit es nicht so auffällt und das deck sollte jetzt schon drin sein von den sachen die wir hier klauen 31 haben wir schon ja wir sind auf einem guten weg ja ich möchte nicht zu viel wegnehmen habe ich ja eben schon gesagt weil sonst fällt das ja auf dass wir irgendwie hier riesen abbauen riesig abbauen das sieht dann am ende wieder scheiße aus eins zwei drei eine höhle nein lava ich glaub's nicht ist das geil Lava. Lava. Ach ja, was soll ich hier in unserer Umgebung haben? Ist doch echt unglaublich. Da hinten baut sich unser Leuchtturm auf. Das baut sich auf da vorne. Da steht er stolz. Mit der Spitze in den Himmel geneigt. Ach echt, ne Sparkenntnis. So. Lecker. Ja. Also ich finde es super. Das gefällt mir richtig, ne? Haben wir gut gemacht. Ja. 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 Ja.